Hmm, scheint es hätte der Held ja eine Tracht Prügel verpasst, oder? Vergebt mir gerade, das habe ich wohl ziemlich versendet. Ha ha ha, wir sollten ihn also nicht unterschätzen. Na so, sieh, liest den Text, sie prophezeiern wird und sagen, wohin der Held zieht. Wir werden ihm einen Fall erstellen, knick die Knack. Ja, ich habe Mimi bereits an den richtigen Ort entsandt. Da sagt Graf Knickwert, so exzellente Arbeit, Nastasia. Ich habe Mimi die nötigen Kräfte gewährt, um den Helden auszuradieren. Er wird gegen sie keine Chance haben. Graf Knickwert spricht nun auf, ich will eine Erfolgsmeldung, knick die Knack. Für die Däne Memo verfassen, aber da gibt es noch etwas Wichtiges. Hör mir einen Moment zu, O'clock. Ein paar der Scherben von Bowser leisten, also immer noch Widerstand. Dann muss ich wohl los und sie, ähm, umstimmen. Du bleibst bitte hier. Bleib einfach da sitzen und denk über deine letzte Mission nach, okay? Hackfressenblick vor der Wind. Ich auch, Menno. Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Wir haben im letzten Part das zweite reine Herz bekommen und im vorletzten Part ja O'clock verprügelt. Der schämt sich jetzt und ja, Graf Knickwert schmiedet mal wieder Pläne. Aber wen haben wir denn hier? Das ist Peach. Und im Hintergrund etwas, das aussieht wie die Leere. Hm, wo bin ich? So mache ich hier auf. Sekunde, hat dieser Graf nicht versucht, mich zu heiraten? Zu verheiraten? Mit Bowser? Und dann war da Luigi her. Luigi, Bowser, ist jemand hier? Naja, nicht viele. Es scheint, dass ihr der einzige verbliebene Gast der Hochzeitsfeier seid. Und wer ist das? Ein Hammerbruder und ein Koopa. Endlich aufgewacht, Prinzessin. Oh, ihr seid es. Seid ihr in Ordnung? Woher kennt Peach zwei einfache Handlanger von Bowser? Ja, wir sind okay, aber... Ja, ich spreche anders. Ja, wir sind okay, aber das war schon eine verrückte Hochzeits. Wir können nicht mal den Brodigam finden. Erinnert euch? Bowser? Oh, und dieser Typ mit dem Bart? Hat ja nicht seinen grünen Anzug an? Ja, ey, Luigi, das ist der Typ. Keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Leider hat die Assistenten von diesem Knitwitz, die meisten von uns Lakaien, einer Gehirnwäsche unterzogen. Die sind fast alle komplett durchgedreht. Ja, Anastasia will ja jetzt auch die beiden umstimmen. Ja, das meint sie also mit umstimmen. Hier ist es in jedem Fall nicht sicher. Wir müssen hier raus. Möglichst jetzt. Ja, mal wieder reden die zwei irgendwas, was man nicht verstehen kann. So wie es schon in Peber Mario 1 der Fall war. Sollat Koopa, weil es eure Escorte fungiert. Okay, versucht zu entkommen. Und was willst du tun? Was ich machen werde, das kann ich euch verraten. Ich höre für meine Männer. Bowser würde mich in einen Haufen Asche verhandeln, wenn ich mich aus dem Staub machen würde. Kein Koopa wird im Stich gelassen. Viel Glück, Prozessin. Wie war Bowser? Keine schlechte Einstellung. Jawohl. Okay, Prinzessin. Wir müssen uns auf den Weg machen. Los geht's. Ja. Wer sich wundert, warum ich den Koopa oder generell einige Charaktere im Paper Mario Universum zu spreche, das hat was zu tun mit Grobiaren. Ein Charakter aus dem Film, da hat es eben leicht gemacht. Er hat so gesprochen und das hat mich, das überleitet, einige Charaktere im Paper Mario Universum so zu synchronisieren. Du, da, gib auf, du hast keine Chance zu entkommen. Ich glaube, das ist Natasja, oder? Nein, das sind einfach Koopas. Lang lebe der Grab, widersetzt sich nicht. Oder wirft dich sein Gesetz, so wirst du es leben. Hunger, was am? Schulze, ich bin der Leutnant. Auf dem Boden und 20 liegen stützt. Weißt du was, deine Befehle zählen hier gar nichts. Ja, ihr merkt's, die Koopa mit Brille waren ja in Paper Mario 1 und 2 die Bösen. Und in dem Spiel sind das die, die Hirn gewaschen sind. Also, denen stehen auch die Bösen. Da baus ist Schergen ja diesmal auf unserer Seite sind. Siehst du, sie haben den Grafen bereits jeblich in Loyalität geschworen. Und jetzt bist du in der Reihe. 10 Uhr Hirnwäsche, passt dir das? Ihr habt euch mit dem Falschkoop angelegt. Ich diene nur Pausa. Du kannst diesem Graf sagen. Nein. Okay, ich richte das aus. Viva Quikwitz! Hm, das gefällt mir schon besser. Das siehst du doch auch so, oder? Dazu, es gibt ja immer noch Leute, die keine Loyalität geschworen haben. Sein gutes Fücheln und treibt sie für mich zusammen. Okay, danke. Jawohl! Oh je, den hat's erwischt. Dieser Nastasia, deren Stimme viele kritisiert haben, scheint jetzt, äh, ja, ähm, alle Hirn zu waschen. Die ganze Sache entwickelt sich gar nicht gut. Selbst die Leutnant ist gebrochen. Wenn die uns finden, ist alles ernst, wir müssen weg und das ist ein bisschen hurtig. Ja, wir spielen jetzt mit Peach. Die hat die Fähigkeit, hier mit ihrem Schirm so schön zu schweben. Großer Kronleuchter. Wir sollten echt möglichst abhauen. Möglichst in die andere Richtung, wo die da hingegangen sind. Und der Cooper kann auch mal ein bisschen Stoff geben. Was meint ihr? Jetzt geht er außerdem nach rechts. Cooper, Cooper, Cooper. Okay, Graf Knigwitz Schloss ist scheinbar nur schwarz-weiß. Ihr merkt immer nur so schwarz-weiße Umrisse überall. Und im Hintergrund die Leere. Befinden wir uns hier vielleicht in der Leere? Das wird sich später im Abend aber noch ausstellen. Schnell, hier scheint's auszugehen. Die Stoff, Peach. Na gut. Hat sich Stöckelschuhe an? Na ja, kann man hier bei Paper Mario nicht sehen. In Super Mario 3D-Welt kommt immer zu sehen. Nein, nein, so größe. Wieso bleiben wir uns nicht helfen? Wir sollten lieber weitersuchen. Umkehren eher nicht. Das ist eine Sackgasse, glaube ich. Der Weg zum Kuckuck seid ihr? Bringt euch in Sicherheit, Prinzessin. Ich weiß, mit solchen Gesindeln umzugehen. Long lebe der Graf. Hat ja super funktioniert. Das ist ein Glückskind, Prinzessin. Diese Hochzeit-Explosion zu überstehen. Aber hier ist Endschätzung. Euer Glück hat euch verlassen. Es wird Zeit, sich uns anzuschließen. Kommt und dient den Grafen. Niemals! Na gut, dann muss ich euch wohl doch, äh, Hypnokräfte einsetzen. Einfach ganz ruhig bleiben, okay? Ich muss doch schnell die Gehirnwäsche durchführen. Naja, was soll man in so einer Situation machen? Was zum... Es stand so nicht auf dem Plan. Wo ist sie noch hin? Naja, das wirft uns nicht, äh, wirklich aus der Bahn. Die Überzeugung wird sie ja auch so erfüllen. Dafür brauchen wir sie nicht. Und wo in sie rennt, ist auch nicht wichtig, da alle Welten zerstört werden. Das sieht finster aus, nicht wahr? Ja, aber was war das gerade? Das kann nicht Nastasia ausgelöst haben. Ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern. Es war warm und friedlich. Und wer spricht hier jetzt? Endlich wach! Oh, wo bin ich? Lebt hier ein Mensch? Kniege die Knie! Sappel nicht so herum. Ich habe dich am Fuß der Knie gefunden. Du bist ein Mensch, oder? Ich höre dem Plan der Dunkelheit an. Das weißt du? Oh, falschrum vorgelesen. Egal. Das macht keinen Unterschied. Ich lasse niemanden einfach so liegen. An diesem Tag haben sie unsere Pfade gekreuzt. An diesem Tag, an diesem Tag betrang auch unsere Tragödie. Hm, komische Sachen gehen hier vor sich. Was war das gerade für eine komische Geschichte? Gut, ihr merkt, es hat sich hier oben ein Herz gebildet. Das zeigt an, ja, finde reine Herzen, damit du in bestimmte Bereiche in den Kapiteln springen kannst. Das heißt, wenn wir jetzt durch die Tür gehen, könnten wir einfach so, sagen wir mal, in Kapitel 1, 3 wieder auftauchen. Wenn wir da, sagen wir mal, die eine Karte verpasst hätten sollten. Was wir nicht haben. So, jetzt sollten wir zu Merlom. Aber hier stehen echt mysteriöse Dinge vor sich. Gut, mit Mari haben wir im letzten Jahr das zweite reine Herz bekommen. Tja, und, ähm, aber ich hab's gemerkt, Nastasia kann dieses komische Warp-Teil, sag ich mal, was Peach gerade wegteleportiert hat, ja nicht ausgelöst haben. Aber denkt mal nach, haben wir nicht neulich schon jemanden gesehen, der über solche Warp-Teile verfügt? Also, die sich so zusammenziehen und dann wieder wegbeamern? Kennen wir nicht so jemanden? Naja. Ihr seid schon wieder hier? Ich kann auch euren Gesichtern sehen, dass ihr erfolgreich wart. Gehen wir in mein Haus, dort könnt ihr mir berichten. Bitte kommt herein. Der gute Merlom. Ja, sein Haus sieht von außen her ein bisschen ähnlich aus, als das, was er schon in Paper Mario 1 hatte. Aber innen sieht's recht anders aus. Nun, werte Freunde, habt ihr ein reines Herz gefunden. Ist das hier eigentlich ein anderer Merlom? Das kann ja nicht der gleiche sein wie in Paper Mario 1 und 2. Oh, welch Glanz, das ist für wahr ein Teil des reinsten Herzens. Im letzten Park gab's ja auch diese Merlomina, genau. Ja, wir haben Merlomina getroffen. Sie hat uns gegeben. Oh was? Lady Merlomina, sie ist eine meiner Vorfahren. Merlomina und die ihr folgen, die errichteten diese Stadt. Jedenwegen sind wir hier. Meistermeilung, schliche schlimmen Neuigkeiten. Die Durchschnittsfresse. Was ist los? Beruhig dich erst mal. Also, das ist ein Mädchen vom Himmel gefallen. Wie? Ein Mädchen ist vom Himmel gefallen? Was in aller Welt? Na. Keine Ahnung. Bitte nehmt den Aufzug und seht sie euch an. So soll es geschehen. Und du, Mario, kommst mit, wer für deine Hilfe benötigt. Wie Mario zeigt. Immer noch die guten alten Paper Mario Animationen. Gut, ich scanne mal kurz. Übrigens, diese Fehler, die im letzten Park aufgetreten sind, mit der Wii-Fernbedienung, habe ich jetzt gerade eben in einem anderen Spiel schon ausgetestet. Die können nicht mehr passieren. So, was haben wir hier? Das Buch wollte ich kurz kennen. Das Licht der Prognostikon. Hier ist ein Schuss, um gegen das dunkle Prognostikon zu kämpfen. Das beschreibt genau, was der Ende tun muss, um die Welt zu retten. Hm, ja, wir haben hier schon oft von diesem Gegenstück erfahren. Und hier steht es einfach mal bei Merlon. Wir haben das andere Graf Knickwitz hat. Und welches auch die ganze Zeit zusammen mit Knickwitz wegteleportiert wird. Gerade vorhin, als Graf Knickwitz sich wegteleportiert hat, per Mauszeiger will ich schon fast sagen, da hat er ja das Buch auch mit sich wegteleportiert. Erinnert ihr euch? Ich benutze das Wort teleportiert, überraschend oft in diesem Let's Play, nicht wahr? Aber in dem Spiel wird auch sehr viel teleportiert. Peach, Graf Knickwitz, das dunkle Prognostikon, Dimensio, alle teleportieren sich auf einmal weg. Ja, ist Peach aber gerade eben in der Leere da hinten gewesen. Also ihr merkt es da hinten. Gut. Oha, und die kommt uns doch sehr bekannt vor. Ähm, ja, ich schaue mir so den Turm an und auf einmal kommt sie gefallen. Hm, sie kommen mir nicht dem geringsten bekannt vor. Wer könnte das sein? Da merkt man, das kann nicht der Merlon aus Paper Mario 1 sein, denn der kennt ja Peach. Der sieht auch anders aus als der Merlon aus den ersten beiden Teilen. Was ist los? Oh. Prozesse Peach? Das heißt, wie Prozesse die Graf Knickwitz entfüllt hat? Die Arme scheint so einiges hinter sich zu haben. Sie ist bewusstlos. Und sie zittert wie Espenlaub. Warum könnte das liegen? Ähm, man kann nicht gleichzeitig zittern und bewusstlos sein. Oh, ich weiß es. Mario, du musst zu Safrania. Da können wir auf der ersten Ebene von Flipstadt gehen. An der warme Mahlzeit wird das arme Märchen sicher wieder auf die Beine bringen. Wenn sie wieder munter ist, können wir die Prinzessin fragen, was passiert ist. Also los, geh zu Safrania, dann können wir ihn auf der ersten Ebene. Das machen wir auch gleich mal. Dazu müssen wir ein Stockwerk nach unten. Ja. Peach ist also hier her teleportiert worden. Oder beziehungsweise über den Flipstadt-Turm. Da ist sie runtergeflogen. Ja, und nach so einem Sturz geht selbst Mario in den... Zumindest in den 3D-Marios nicht allzu gut. Wer das noch weiß, da... Da hat ja Mario auch nicht mehr Schaden erlitten, wenn Mario zu oft runtergefallen ist. Also man erinnert sich da an Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Galaxy, 3D-Land und 3D-World nicht mehr. Aber das waren ja eigentlich New Super Mario Bros. Spiele im dreidimensionalen Format. Gut. Da wären wir also hier, waren wir bislang noch gar nicht im Netzbereich. Hätte ich hingekommen, aber da gäbe es nicht so viel zu zeigen. Ein Brunnen etc. Weiter nach unten geht es leider noch nicht. Genau wird repariert. Das ist Story bedingt. In unten, denn der noch untere Bereich sieht interessant aus. Gut. Hier können wir uns durchsprengen. Ihr wisst ja bekanntlich, so ein Partner, der sprengen kann, beziehungsweise in dem Spiel. Ein Pixel, das sprengen kann. Ja, keine Sorge. Als am anderen. So, das ist sie, glaube ich. Und ihr merkt hier, wie die schöne Easter Egg, wir haben hier ein DS-System an der Wand. Ja, ich hatte selbst mal einen weißen DS. Das war meine allererste Konsole, ein weißer DS, nur der ist mittlerweile leider Schrott. Wasser drüber gelaufen. Pech gehabt. Willkommen in der süßen Verführung. Ein Essen wird ein bisschen auf dein Gesicht, saubern Herzchen. Was? Na, Freundin von dir ist kalt, bewusstlos auch noch? Oh je. Das Leben, das bräuchte es ja eine Portion Pfeffersuppe, Herzchen. Ich brauche nur einen Feuerschoß und mach dir einen Haar. Heißes Süppchen. In manchen reden kannst du einen Feuerschoß kaufen, hast du sie nicht mal um? Bring mir einen Feuerschoß und ich mach dir eine zukünftige Pfeffersuppe. Ach so zünftig. Wo sind die Kanzler aus, dann hättest du schon einen Feuerschoß. Genau, also dieser... Ihr wisst schon der Kerl, der... So fußlos, genau, da war er ein 1 im Haus. Du kannst schon oft sagen, gib mir einen Feuerschoß und ich bereite die Suppe zu. Hier hätten wir einen guten Feuerschoß. Ist eigentlich eine andere Seite, aber verarbeitet kann man den... Essen. Ja, das hat wirklich in Sticker Star und Color Spreadsch sehr gefehlt. Das ist im Gegensatz zu den ersten drei Paper Marios, das Kochen nicht mehr gibt. Das man sich hier aus verschiedenen Items... Na gut, in Paper Mario Sticker Star und Color Spreadsch gab es kaum richtige Items. Na ja, aber das Kochen hätte man schon irgendwie mit Karten oder so einbauen können. Soll deine Freundin auf die Beine und zum nächsten Wasser anbringen? Bringen sie, ja so schnell du kannst, Herzchen. Wieso Herzchen? Warum sind alle in Mario verliebt? Ich meine, er ist jetzt gerade nicht gerade der schlankste Artengenosse, aber das muss ja nicht immer was heißen. Egal, genug philosophiert. Weiter geht's. Ich finde auch das Innere der Aufzüge sieht realistischer aus, muss ich sagen. Wäre schön, wenn man in den Aufzügen irgendwie in die 3D-Ansicht wechseln könnte, aber das geht nicht. Übrigens, wer den Feuerstoß bei Sofustos nicht gefunden hat, der könnte in dem Laben da links, den ihr gerade gesehen habt, einen Feuerstoß kaufen. Gut, schnell zu Peach, was ist mit dir passiert? Ja, ganz klar, das haben wir ja schon gesehen, aber Mario muss es ja auch erst mal erfahren. Ja, Mario und ich, also der Spieler, sind ja nicht unbedingt miteinander verknüpft. Wir haben ja zum Beispiel auch schon Graf Knickwitz gesehen, wie er O'Clock zur Uraltwüste geschickt hat. So, Pfeffersuppe, bitteschön. Mit Löffel dabei. Sehr praktisch. Oh, es scheint funktioniert zu haben. Hm, ich habe das Gefühl, dass er gerade etwas sehr Leckeres gegessen hat. Ich habe schon Ewigkeiten immer von so gutem Essen geträumt. Oh, Mario, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier? In Fliebstadt. Ich muss ja alles so sprechen. Ja, Tippi ist weiblich. Ähm, okay, und wer seid ihr? Ich bin Möller, meine Liebe. Das Westen ist der Pixel, der Name ist Tippi. Kommt mit in mein Haus. Ich wäre dankbar, wenn ihr uns dort mehr erzählen könntet. Die... Was hat der Typ links für den Zinken, wenn ich fragen darf? Dann warte ich auf, unser Mario, euch und Tippi. Euch. Bitte nicht wie ein Flugzeugeräubig immer euch und sie sagen. Oh, meine Liebe. Aber das Geschehen ist voll leid. Oh. Oh, Mario, was denkst du, ist mit Luigi und Bowser geschehen? Ja, Mario spricht nie, das musst du wissen. Hm, doch vielleicht, es gibt keine Möglichkeit, das herauszufinden. Naja, aber irgendwie scheint halt immer doch zu sprechen. Nur, man, für den Spieler ist es nicht hörbar. Hoffen wir, dass sie in Sicherheit sind. Hm. Merlon, was sollen wir als nächstes tun? Ein reines Herz weist den Weg zum nächsten. So steht es geschrieben. Es gibt im Film schon noch weitere Herzzäulen. Findet ihr eine davon, müsst ihr ein reines Herz in der Säule platzieren. Dann erscheint eine Tür zur nächsten Welt, in der ein reines Herz versteckt ist. Und mein Gefühl sagt mir, dass die nächste Tür euch zu Merle bringen wird. Wieso wusste du, und ich ist auch Merle eine Älteste. Ja, es heißt, dass Merle ist seit langem einen uralten und geheimen Schatz bewacht. Wenn ich mich nicht ehre, müsste dieser Schatz das nächste reine Herz sein. Das Lichtbrunnen-Ostikon spricht weiterhin von ihren magischen Kräften. Also müssen wir diese Merle finden, richtig? Oh, oh, wollt ihr etwa mitgehen? Ihr sollt euch schonen. Ihr seid noch schwach und es könnte gefährlich sein. Aber ich kann doch nicht hierbleiben und die anderen die Wilden retten lassen. Außerdem ist die Leere im Himmel meine Schuld. Meine und Bowsers. Also komm ich mit, Punkt. Ich habe mich entschieden. Pisch, beleide dich jetzt. Jetzt kannst du nicht nur Mario, sondern auch Peach teuern. Ja, das soll man sagen, er setzt jetzt doch ein bisschen die Partner. Man kann nämlich mit Peach spielen. Also wir können jetzt zwischen Mario und Peach wechseln. Wir werden es gleich sehen. Wir müssen wohl die nächste Herzölle finden. Hm, diese Prozesse ist dicköpfig. Überras erfrischend. Bitte nehmt dies mit euch. Ah, ein alter Schlüssel. Jetzt wird es interessant. Das mag ich sehr, dass die ihr werdet gleich sehen. Es gibt in dieser Stadt Geheimnisse, die nicht einmal ich kenne. Äh, äh, dies könnte der Schlüssel zu einem davon sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Suchen nach dem Ort, in dem ihr diesen Schlüssel verwenden könnt. Mein Gefühl sagt mir, dass dieser Ort nicht weit von meinem Haus entführt ist. Ich werde weiter nicht Prozesse kommen nach Hinweisen suchen. Sicherlich dieses alte Buch noch viel Informationen. Nur Mario, das ist in Peach, versucht alles, um die Planetiskraft zu durchkreuzen. Also los, Mario, komm, tipee. Genau, und jetzt, ihr werdet es sehen, können wir mit Peach spielen, so wie wir es gerade eben schon getan haben. Genau, mit ihrem Schirm. Ja, und der Charaktere, so wunderbar. Ducken ist auch möglich mit dem Schirm, damit können wir Gegner abwehren. Ja, das ist echt eine gelungene Abwechslung. Aber, mit Peach, ich drück' gerade auf den A-Knopf, mit Peach kann man leider Gottes nicht in die dreidimensionale Ansicht wechseln. Dafür brauchen wir weiterhin Mario. Und genau hier geht's weiter. Ich liebe das, wenn wir in der Oberwelt so Secrets versteckt sind. Hat man den Color Spraychern, die auch nicht schlecht hinbekommen. Ja, aber echt, ich liebe sowas, wenn wir jetzt auf einmal hier zum Beispiel eine Ebene, sage ich mal, vorkommen und wir auf einmal hier landen. Also, so kleine Details verfeinern einem schon manchmal das Spiel ungemein. Gut, hier geht's jetzt weiter. Ja, hier müssen wir auch erst eine Möglichkeit finden, diese Blöcke loszuwerden. Ja, wem die Pixel nicht genug sind, der hat Peach. Und später auch noch Bowser und Luigi. Das dürfte kein allzu großer Spoiler sein, sondern mit denen beiden später auch spielen können. Das wurde ja, glaube ich, auch, ähm, das stimmt auch, wie auch eine Verpackung außen drauf, oder? Ich glaube schon, aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ah ja, hier, diese Säulen, die werden später auch noch interessant. Aber jetzt mal vorerst die nächste Herzsäule suchen. Ja, ich kenne das Spiel, vor allem die Oberwelt hier, die bin ich ja tausende Male irgendwie nach Secrets abgesucht. Aber nur eins zu selten eins gefunden. Aber hin und wieder halt schon eines. Es gibt hier doch das ein oder andere Secret, wie auch im nächsten Bereich unten. Ja, das Weltmeister Flipstadt größer ist, als ich sag mal, Toad Town oder Ohlingen. Ja, gut, deshalb könnte man wie die Katakomben in Ohlingen gelten lassen. So, wer denkt, dass man hier unten ein Leben verliert? Nee, nee, das Secret hier habe ich als sehr spät entdeckt. Hätten wir nämlich zwei seltene Karten. Nämlich zum einen mal mehr lieblich. Merle, um das mal kurz zur Sprache zu bringen, hatten wir ja auch schon. Ja, und hier Merlon, beide als Karten. Super. Merle gab es ja auch schon, okay, Mario 1 und 2. Das war die, die, wer sich noch erinnern kann, ähm, Moment, so. Hm, nicht immer kriege ich diesen Stylish Move hin. Hey, hey, du kommst hier weiter, versuchst es mit Tränen. Ja, da hat man schon den brauchenden Hinweis, um weiterzukommen. Das auch hier rennet hier, so ein Pfeiler steht, ja, hier schön wunderbar. So ein Schild steht, hey, 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 da hinten sehen wir schon die nächste Herzäule, da müssen wir hin. Und er merkt schon, da brauchen wir Peach mit ihrem Schirm. Hat ein bisschen was von Super Mario Bros. 2, da konnte man ja noch Rock ja auch schon benutzen, um zu schweben und so. Ja, super. Am höchsten Punkt. Nee, funktioniert nicht immer. Am höchsten Punkt A drücken. Ja, nie, als erwähnt, muss nicht immer funktionieren. Ich finde die Idee, dass man mit Peach, Bowser und Luigi spielen kann, aber richtig genial. Das war eine wunderbare neue Idee. Luigi kann halt auch höher springen und Bowser-Feuer spielen. Ehe ein bisschen ähnlich wie in Super Mario Bros. 2 und Super Mario 3D World, oder? Ja, und Peach mit ihrem Schirm zu fliegen. Super. Das ist eigentlich auch aus Super Princess Peach. Peach hat die eigene Spiel auf dem DS, das habe ich früher geliebt, weil das ist meine ersten DS-Spiele. Ja, und da kommt die Peach auch schon mit ihrem Schirm zu fliegen. Ja, und Merle war halt in Paper Mario 1 und 2 die, die die ganze Zeit diesen Kartenzauber beim Kämpfen macht. Da es in dem Spiel kein Kampfsystem gibt, hat man Merle anders einbauen müssen. Aber ich finde Merlees Rolle in dem Spiel richtig gut. Aber das können halt auch nicht die gleichen Ältesten sein wie in Paper Mario 1, weil die halt in dem Spiel alle anders aussehen und zudem auch Mario und Peach nicht kennen. Das heißt, das kann gar nicht sein, da ja Paper Mario 1, wo die ja auch alle größere Rollen hatten, ähm, ja, ähm, im Pilzkönigreich gespielt hat. Und das kann ja auch nicht sein. Also, das sind scheinbar nicht die gleichen Charaktere, die wir aus Paper Mario 1 kannten und liebten. Naja, nicht so schlimm. Aber das Secret da unten war dann nicht ohne, oder? Dass man einfach mal so runterrennen, runterjumpen muss, Bansai-mäßig. Aber ich kenne das. Ich kenne mich recht gut aus. Die meisten Secret blieben mir echt in Erinnerung. Ja, das eine oder andere Detail in der Oberwelt habe ich viel lang nicht vergessen, aber... Naja, ich kenne das. Ja, Außenbezirk. Ja, ja, Bezirke. Ja, die... Äh, von Wien kann ich die Bezirke auswendig, die 23. Das hat mir mein Opa immer eingepaukt. Naja gut, jetzt könnten wir jedenfalls zu Kapitel 2. Aber erst im nächsten Part. Gibt es noch irgendwas Kurzes zu sagen? Ich überlege gerade, ich überlege gerade. Ne, ich glaube ich habe alles gesagt. Wenn nicht, dann werde ich im nächsten Part, falls ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen, noch dazu sagen. Gut, mit Peach bewaffnet geht es dann also ins nächste Kapitel. Schön, dass Peach ja endlich mal nicht immer nur schreit. Help me, sondern auch mithilft. Tschüss. Hast du zum Space? Bis zum Schluss. denn